Willkommen bei Rotkäppchen TV! Jeder ist hier! Ja! Diese Reunion, die liebe ich. Es ist immer so ein bisschen wie Klassenfahrt, wenn man alle wieder trifft. Jetzt, wo wir uns wieder gesehen haben, man freut sich sofort. Super Publikum und nur ein Lachen in den Gesichtern der Menschen. Macht Spaß, die ganzen Leute. Alle verrückt hier. Nach Zwergen. So geil und so toll, dass dieser wunderbare Otto, den Zeichentrickfilm quasi wieder neu rausgehoben hat. Hat sieben Jahre gedauert. Für jeden Zwerg ein Jahr. Wer kann schon von sich sagen, es gibt von mir auch eine Comicfigur. Ist schon klasse, oder? Die sind lebendig, die leben. Wir sind reinkarniert, sagt man, in 3D. Meine Damen und Herren, bitte schauen Sie es an. 3D ist nicht 4D, nicht 2D. Nein, es ist 3D. Man kann sich darauf freuen, die gezeichneten Zwerge mit den originalen Stimmen zu hören. Und es ist tolle Musik. Es ist Spannung drin. Und es ist eine gute Unterhaltung. Und mir macht der Film auf jeden Fall riesen Spaß. Und das wünsche ich den Zuschauern auch. Ganz viel Spaß, den die Zwerge auch haben. Wie Otto immer sagt, für die ganze Familie, es muss ja nicht die eigene sein. Kinder haften für ihre Eltern, aber die Eltern dürfen ruhig mitkommen und sich das auch anschauen. Aber nur in Begleitung von Kindern. Einer für alle und alle auch. Vielleicht haben wir ja keine Chance. Aber wir werden sie nutzen. Hallo, Darlini! Hallo, Darlini! Hallo, Darlini! Hallo, Darlini! Vr. ch